Was meinen Sie, Mrs. Puff? Wollen wir das Ding berocken? Tut mir sehr leid. Kommt nicht wieder vor. Ruhig, Blut. Diesmal klappt es. Oh nein, SpongeBob. Nicht nochmal. Ich hatte es befürchtet. Wir steigen auf. Das hat doch was für sich. Noch eine Kollision und sie klatschen wie ein Ballon. Ich gehe mal ans Steuer. Oh nein, SpongeBob, fasst es nicht an. Oh nein. Herr Hörchen, Mrs. Puff, wie geht's Ihnen denn? Du meine Güte. Was ist mit mir passiert? Ich fürchte, Sie haben sich leider ernsthaft verletzt. Bei einem Aufprall ist Ihr Aufbläßack gerissen. Oh nein. Werde ich jemals wieder ganz gesund und die Alte sein? Ähm, nein, meine Liebe. Ich fürchte, bei Ihnen ist die Luft endgültig raus. Hm, dann sollten wir Sie von jetzt an Mrs. Verpufft nennen. Wissen Sie, was Ihnen guttun wird, Mrs. Puff? Ein gemütlicher Ausflug. Aus dem Weg! Krankentransport! Entschuldigung, Herr Doktor. Steht es sehr schlecht. Oh, es ist nichts Ernstes. Nur ein paar leichte Verletzungen vom allwöchentlichen Rambock-Rennen. Kommen Sie ruhig mit. Das Gemetzel ist recht unterhaltsam. Oh, es ist ganz schön markerschütternd. Das muss man den Jungs lassen. Sie riskieren ihr Leben nur, damit wir Spaß haben. Was ist so lustig? Mir ist eingefallen, wie du dir ein paar Fleißsternchen verdienen kannst. Hurra! Ja, hurra. In der Tat. Was, du Geräte? Was? Das läuft nicht wie geplant. Hä? Zu blöd. Ich glaube, ich stehe dem Mann im Weg. Blinker rechts setzen. Spiegel richten. Hände auf 10 und 2 Uhr. Und schließlich Gummigeben! Was ist passiert? Was ist nur los mit euch, ihr Weicheier? Zerquetscht den Quetscher! Ja! Ja, wie krass! Nein! Nicht so voreilig. Es gibt noch einen Herausforderer. Ich bin der Bleihoof. Geht mir gefälligst aus der Sonne! Scheiße! Ja! 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 Hahaha! Mrs. Puff, das sind ja Sie! Und Sie blähen sich wieder schön auf. Dann ist zu guter Letzt doch wieder alles beim Alten. Ja, es ist alles beim Alten. Ein kleiner Unfall mit 300 Booten und schon schicken sie dich in die Fahrschule. Was soll's, dann setze ich mich wenigstens auf den besten Platz. Nipp! Behalt deinen Hintern bei dir, Eugene! Hier sitz nämlich ich! Wenn du unbedingt willst, dann tu das doch. Dann setze ich mich eben hier hin. Ach so, du willst mich also auf die billigen Plätze verbannen, damit du dich von deinem Spitzentisch aus bei der Lehrerin einschneiden kannst? Kannst du vergessen! Ich sitz nämlich hier! Der ist da! Der hier ist meiner! Und der ist auch meiner! Der ist meiner! Nein, der ist meiner! 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 Mein Klassenzimmer! Aufhören! Oh, tut mir leid, meine Schöne! Du Schleimer! Oh, ho, ho! Pass bloß auf! Oh, ho, ho! Worauf denn, hä? Oh, ho, ho! Ich hab gesagt, ihr sollt aufhören! Oder muss ich unangenehm werden? Oha, ein Schlagling! Respekt! Also seid jetzt still und seht euch diesen Film über Sicherheit im Straßenverkehr an! Oh ja, die Freiheit auf offener Straße, das Gefühl von Wind in den Haaren und Sonne im Gesicht! Ja, es gibt nichts Schöneres als zu fahren! Doch, wenn Sie die Regeln nicht beachten, kann solch eine Fahrt tödlich enden! Von der Autobahnfahrt bis zum Rückwärts-Einparken! Oh, ho, ho! Entschuldigung! Tut mir leid, Verzeihung! Wollen Sie doch sicher kein Spongebob sein! Oh, das bin ja ich! Daher beachten Sie bitte diese einfachen Regeln! Erstens, behalten Sie immer die Rückspiegel im Auge! Oh, oh! Ah! Hey, coole Kamera! Darf ich durchgucken? Entschuldigen Sie die Verspätung! Spongebob, wie oft muss ich dir das noch sagen? Geht euch die Tür rein! Tut mir leid, ich habe mich so auf den Unterricht gefreut, da habe ich es vergessen! Räum einfach hier auf! Ich muss meinen Therapeuten anrufen! So, das sind meine letzten Boote! Wenn ihr die zu Schrott fahrt, besteht keiner von euch! Unglaublich, dass ich so etwas einmal sagen muss, aber nehmt euch ein Vorbild an Spongebob! Der hat sich bis jetzt immer beherrscht! Mrs. Puff, so etwas Nettes habe ich noch nie von Ihnen gehört! Oh, Spongebob! Die Handbremse! Quick! Komm zurück, Boots! Five! Hey! Come here! Come here! Come here! Come here! Stopp! Stopp! Sonst verliere ich noch meine Fahrlehrer-Lizenz. Du kriegst mich nie, Eugene. Ich bin die Nummer eins auf der Straße. Das ist schön für dich, Plankton. Dazu musst du ihm nicht auch noch gratulieren. Ich wollte ihn doch nur anfeuern und er hat bloß gesagt, er ist die Nummer eins. Ach ja? Mal sehen, ob er das auch kann. Das ist doch leicht. Ihr zwei kommt sofort hier runter. Niemals! Ich bin ein Gott am Steuer auf dem Weg in den Himmel. Ich bin ganz oben. Oh oh. Oh oh oh. Das war's. Ihr seid beide durchgefallen. Ach, kommen Sie. Kriegen wir nicht mal ein paar Punkte dafür, dass wir uns nicht verletzt haben? Ich meine, das war doch wahnsinnig gefährlich. Ja, genau. Hey, ich hab den Kuss geschafft. Mrs. Puff, wieso fahren Sie mich durch diese abgelegen und eher feindlich wirkende Landschaft? Um deine Ängste zu überwinden, Kleiner. Das funktioniert nicht. Wir sind da. Und wo sind wir? Diese alte, verlassene Straße ist der allerbeste Ort für deine Fahrprüfung. Meine Fahrprüfung? Ja, ganz genau. Hier wirst du nicht von Hindernissen abgelenkt, so wie auf dem Prüfungskurs. Hier draußen gibt es nichts als die Straße. So, rutsch rüber. Komm schon, rutsch rüber. Aber Sie glauben doch, ich bin unfähig, fahren zu lernen. Ach, vergiss das einfach. Hier würde sogar ein Einsiedlerkriegsfahren lernen. Mrs. Puff, ich fühl mich immer noch ängstlich. Weißt du, wenn dich die Angst vor dem Bootfahren packt, dann sprich einfach vor dich hin. Denk nur an die Straße, denn es gibt nur die Straße. Verstanden? Äh, okay. Denk nur an die Straße, denn es gibt nur die Straße. Denk nur an die Straße, denn es gibt nur die Straße. Denk nur an die Straße, denn es gibt nur die Straße. Denk nur an die Straße. Denn es gibt nur die Straße. Hey, schauen Sie nur, ich bau hier gar keine Unfälle. Wunderbar. Mach weiter so, dann hast du die Prüfung mit Glanz und Gloria bestanden. Sag einfach weiter dein Mantra. Es gibt nur die Straße, die offene, nicht einschüchterte Straße. Hält die Fahrspur ein. Sehr gut. Denk nur an die Straße. Denn es gibt nur die Straße. Endlich einmal setzt du den Blinker. Gut. Denk nur an die Straße, denn es gibt nur die Straße. Orientierung im Kreisverkehr. Sehr gut. Denk nur an die Straße, denn es gibt nur die Straße. Sichere souveräne Beschleunigung. Gut. Denk nur an die Straße. Denn es gibt nur die Straße. Denk nur an die Straße. Denk nur an die Straße. Denk nur an die Straße. Gut. Gut. Und sehr gut. Was ist das? Nur noch eine Aufgabe. Und das ist die einfachste überhaupt. Spongebob, jetzt musst du nur noch mit dem Fahrzeug sicher andocken. Denk nur an die Straße. Denn es gibt nur die Straße. Denk nur an die Straße. Denn es gibt nur die Straße. Denk nur an die Straße. Wo ist denn die Straße hin? Sei ganz ruhig und hör zu. Du musst nichts weiter tun, als dieses Fahrzeug sicher anzuhalten. Denk nur an die Straße. Es gibt nur die Straße. Nun halt einfach das Boot an. Denk nur an die Straße. Die Straße. Nicht nur halt. Spongebob. Ist gerade noch mal gut gegangen. Aber jetzt bin ich zurück auf der Straße und denke auch an nichts anderes mehr. Alles schön und recht. Nur ist das keine ex-beliebige Straße. Das ist eine zehnspurige Bootsbahn. Und zwar bei Flutverkehr. Zehnflutiges Verkehrsboot? Alles ist gut. Bleib ganz ruhig. Spongebob, was machst du denn nur? Spongebob, tritt auf die Bremse! Hä? Oh ja, okay. Heiliger Hering, das Boot hat nicht mal einen Kratzer abgekriegt. Kaum zu glauben. Aber die Prüfungen liegen hinter uns. Du hast bestanden. Hier ist dein Führerschein. Und ich bin frei. Herr Neuter 258 in Bistrekt 9. Na, das wohl kaum. Was ist denn, Herr Wachtmeister? Sie haben die Bezirksgrenze überquert. Drei Meilen von hier. Sie haben ihre Bewährungsauflagen verlässt. Und deshalb ist diese Prüfung null und nichtig. Gib das her. Spongebob, das wirst du mir büßen. Glaub mir, das wirst du mir büßen. Verfischt. Gerade als es richtig interessant wurde. Ein Moment noch. Vergesst nicht, dass wir morgen nicht hier sein werden. Denn morgen machen wir unseren Ausflug ins Bootskundemuseum. Jetzt könnt ihr gehen, Kinderchen. Wow, das Bootskundemuseum. Angenommen, es gelingt mir Mrs. Puff, morgen mit meinen mannigfaltigen Kenntnissen dort zu beeindrucken, dann gibt sie mir den Bootsführerschein vielleicht sofort. Bis morgen dann, Mrs. Puff. Neptun, lass mich stark sein. Dies ist sie, liebe Schüler, die prumpvollenreichste Sammlung seefahrtsgeschichtlicher Exponate, die je gesammelt wurde. Von prumpvollen Fregatten bis hin zu kleinen Nussschalen wie diesem Muschelfischerboot hier. Ich schätze dieses Baby fast bis zu 10 Muschelfischer. Äh, sicher, SpongeBob. Und jeder von denen holt bis zu 50 Muscheln am Tag raus. Und weiter geht's, Kinder. Hier vor uns sehen wir die Sandy Nub. Sie war ein Frachtschiff, das Waren aus weit entfernten Ländern zu uns brachte. Wie etwa exotische Gewürze. Mit zwei direkt gesteuerten Dampfturbinen, die zusammen bei voller Drehzahl über 6.500 PS leisteten. Die lief an einem jedes Gewürz ruckzuck. Vielen Dank für deine erneuten Ausführungen. Ja, es funktioniert. Sie staunt über meinen Wissensstand. Ich hab schon den süßen Plastikgeruch eines frischen Bootsführerscheins in der Nase. Das, liebe Schüler, ist der Segler Zwiebeln. Benannt nach der Vorliebe des Kapitäns für Zwiebeln, worüber sich die Mannschaft aufgrund seines starken Mundgeruchs regelmäßig beschwerte. Vier Jahre lang erkundete diese brigantine ferne Länder und entdeckte unbekannte Gebiete, auf die nie zuvor ein Fremder seinen Fuß gesetzt hatte. Wie sieht's mit meinem Führerschein aus, Papi? Oh, na schön, du sollst den haben. Ja, ich wusste es. Oh, wow, ist das klasse. Das Steuerpult mit all den Hebeln und Anzeigen. Das ist der Oszillator. Das ist der Hebel für den Schiffskran. Das ist der Knopf für die Sprengfall. Und das ist der Scheiter für die Querruder. Und das ist ein Hotdog mit extra viel Senf. Und das da ist der Zündschlüssel. Den muss man nur noch rumdrehen. Da, und hier steht's ja. Ah, C. Das ist eine Abkürzung für automatische Kadenz. Und das ist die fachsprachliche Formulierung für Hier ist jetzt Party angesagt. Und zwar sofort und schlagartig. Eigenrütze! Puh! Oh, heiliger Poseidon, weg da! Wie stopp ich dieses Schiff, bevor es ganz Bikini-Bottom umfliegt? Ah, also dann. Das Erste, was sich ausschalten sollte, ist das Gerti. Aber ja, bei Neptun so ein hochtechnisiertes Wasserfahrzeug hab ich noch nie gesteuert. Hör mal. Ich hoffe, dein schlaues Geschwätz vorhin war nicht nur Fassade. Denn jetzt musst du ran. Gut, in Ordnung. Du musst schnell was tun, sonst haben wir in ein paar Minuten Millionen unschuldige Existenzen platt gemacht. Und schuldige Existenzen. Und du bist der Einzige, der sie noch retten kann? Der Einzige, der sie noch retten kann? Ja, also zuerst einmal kontrollierst du die Krängung. Dann inspizierst du die Unterdecks und dann... Ruhe bitte! Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab ein Buch gelesen. Kapitel 1. Alle Luken schließen. Dann Anker werfen. Nun zum Hauptmanöver. Frage. Wie bringt man das größte Schiff aller Zeiten zum Anhalten? Antwort mit einem 720 Grad Heckschleudermanöver. Aber das ist bislang noch nie durchgeführt worden. Das ist richtig. Noch nicht. Aber nur noch noch. Spongebob, ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Du hast uns alle gerettet. Hier ist ein Führerschein. Hey, oh Mann. Ich fasse es mich endlich. Was habt ihr beide hier verloren? Niemand darf sich am Bord aufhalten, wenn ich das Museum in die Werft schleppe. Heißt das etwa, er hat das Schiff gar nicht gesteuert? Ach, Quatsch von wegen. Und jetzt nehmt euch einen Stift und Papier und schreibt euch die Hausaufgaben auf. Hast du das gehört? Wir haben eine Hausaufgabe. Ihr müsst einen Aufsatz darüber schreiben, was man an einer Ampel alles nicht tun darf. Hast du das gehört? Was man an einer Ampel nicht tun darf? Mit nicht weniger als 800 Worten. Hast du das gehört? 800 Worte. Ja, ist doch super. Und zwar bis morgen. Und vergesst nicht, arbeiten und nicht herumtrödeln. Okay, Gary, nicht herumtrödeln. Ich schreibe jetzt nämlich den tollsten Aufsatz aller Zeiten. Und wie viele andere tolle Aufsätze auch, wird er auf Papier verewigt. Aber noch wichtiger als das Papier ist der Schreibstock. Messerscharf angespitzt, wie mein Verstand. Hm, komisch. Je länger mein Aufsatz wirkt, desto kürzer wirst du. Ich hätte mir keinen schöneren Tag aussuchen können, um einen Aufsatz zu schreiben. Hey, 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 Gary, wie geht's meinem Lieblingsweichtier? Wie wär's, wenn dir der alte Spongebob was zu essen macht? Miau. Was soll das heißen? Du hast keinen Hunger. Miau. Ich weiß, dass ich einen Aufsatz schreiben muss. Jetzt kommt's schon her. Ich schaff das. Ich schaff das. Ja, ja, ja. Was hier von und etwas da. Ich bin nicht so weit. Mal sehen, wie's bis jetzt so aussieht. Der Päuschen. Den hilft mir immer beim Denken. Unser Mitbürger Spongebob Schwammkopf hat nur noch wenige Stunden, um seinen Aufsatz zu beenden. Und dennoch trödelt er weiter herum. Wann lernt ihr es endlich? Spongebob, hier bin ich. Na komm, setz dich doch. Leg die Füße hoch und entspann dich. Das war ein knappes Rennen. Ja, meine Hose. Hier bin ich. Komm sofort hier hoch. Ich muss an die Arbeit. Endlich frei. Yippie. Halt, Hose. Du kommst sofort wieder her. Halt. Halt. Spongebob. 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 Ja. Nur noch 799 Wörter. Hehehe. Nicht doch. Hehehe. Hehehe. Was hab ich getan? Hilfe. Hilfe. Mein Haus brennt. Hehehe. 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 Spongebob. Wo ist mein Aufsatz? Ach so. Da ist er ja. Hehehe. Ich bin wohl eingeschlafen. Wo waren wir stehen geblieben? Wie spät es jetzt wohl ist? Es ist schon fast 9. In 5 Minuten beginnt die Schule. Wie soll ich nen ganzen Aufsatz in 5 Minuten schreiben? Und woher soll ich wissen, was man an der Ampel alles nicht tun darf? Man darf an der Ampel nicht seine Schnecke füttern? Und sich ein Wurstbrot machen? Ha! Und Kerzen anzünden? Und Wasser trinken? Und Freunde anrufen? Und den Fernseher erschlagen? Und endlos mit dem Postboten? Hehehe. Hehehe. Mrs. Puff. Mrs. Puff. Ich bin fertig. Hehehe. Alle 800 Wörter. Ich bin fertig. Hier ist der Aufsatz. Mrs. Puff. Wo sind die denn alle? Ach, da bist du ja, Spongebob. Hier bitte, Mrs. Puff. 800 Wörter. Alle über Ampeln und was man da nicht tun darf. Das tut mir aber leid. Ich habe noch versucht, dich anzurufen. Ich muss zu einer Lehrerversammlung. Aber was ist mit meinem Aufsatz? Ich habe beschlossen, euch nichts aufzugeben. Dafür machen wir nächste Woche einen Ausflug zu einer Ampel. Bis dann, mein Lieber. Hör mal, der allgemeine Blutzuckerspiegel hier ist bedenklich gesunken. Warum bitte grillst du Karteikarten? Tut mir leid, Kollege. Ich war ein bisschen abgelenkt. Ich lerne für mein mündliches Referat morgen in der Bootsfahrschule. Hast du eigentlich gewusst, dass das Halten von öffentlichen Vorträgen der dritthäufigste Auslöser für Stress ist? Gleich nach Tod und Eheschließung. Und nun her mit den Bestellungen. Okay, geht los. Was soll einem an öffentlichen Vorträgen denn Angst machen? Da steht man halt vor der Öffentlichkeit und trägt vor. Öffentlich. Im Grunde mache ich das doch schon jeden Tag. Nur keine Panik. Ich stehe doch wie immer einfach vor Ihnen. Während Sie mich alle ansehen. Mit Ihren Augen! Taddeus hat recht. Öffentliche Vorträge machen Stress. Was muss ich denn alles alleine machen hier? Bleiben Sie weg. Sie bekommen Ihren Burger dann, wenn Sie dran sind. Ach, so offensiv kann die Öffentlichkeit werden? Das ändert natürlich alles. Weiße Knöchel, tropfende Poren, Knoten im Magen. Das sieht übel aus. Mein lieber Schwamm, du hast hier eine schwere mündliche Referatis eingefangen. Weißt du, dass Patienten mit diesen Symptomen tatsächlich schon explodiert sind? Kabumm! Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass 85% vortragsbedingter Stress abgebaut werden kann, wenn der Vortragende sich sein Publikum in Unterwäsche vorstellt. Und wenn alle so albern aussehen, merkst du gar nicht mehr, wie nervös du bist. Deswegen habe ich auch das hier erfunden. Durch diese Brille siehst du alle Leute in Unterwäsche. Ich könnte dir aber auch einfach einen Bootsführerschein fälschen. Das ist illegal. Gib mir lieber die Brille. Funktioniert nicht. Natürlich funktioniert die, du Dusse. Ich trag doch nur meine Unterwäsche. Probier's doch mal bei Patrick. Ja, funktioniert. In meinem Referat geht es um. Hab bloß ein bisschen Bammel. Wo ist die Brille? Da ist sie. Ich polier sie noch ein bisschen, okay? Bitte schön. Danke. Und das noch was? Hey, es funktioniert. Was gibt's denn hier zu lachen? Nun, ich höre Spongebob. Botomobile Sicherheit liegt in der Verantwortung aller Botomobilisten im Ozean. Du steh hier nicht nur blöd rum, mach weiter. Mach schon hin! Aber ja, alle starren mich an. Hey, wo rennst du hin? Du hast deine Brille vergessen! Warte auf mich! Halt! Nun warte doch! Du kannst doch nicht einfach mein Boot nehmen! Spongebob! Also gut, Kleiner. Was sollte das denn werden, bitte? Hast du denn keine Ahnung von Botomobiler Sicherheit? Was sagen Sie da? Doch, das habe ich sehr wohl. Botomobile Sicherheit liegt in der Verantwortung aller Botomobilisten. Jeder Botomobilist ist verpflichtet, sich an die Regeln der Wasserstraßenverkehrsordnung zu halten. Das bedeutet, die genaue Kenntnis aller Wasserstraßenverkehrsschilder, sowie aller Regeln für umsichtliche Befehlungsbewusstes Bootfahren. Für jeden Bootsführer gilt immer und überall, seinen umwurzlichen Bootismus genau so eine Folge zu leisten. Das Abstellen des Bootes ist lediglich. Ich habe nicht vergessen. Sie liegen, was ein Notomobiler sich hat. Bedeutet rund eine Tonne bewegtes Metall. Und bla... Kleiner! Das war wunderbar! Ja, einige dieser Vorschriften kannte ich bislang selbst noch nicht. Aha! Endlich einmal hatte ich der lange Arm des Gesetzes am Schlawittchen! Endlich kann ich meinen Verkehrserziehungsunterricht wieder ohne dich abhalten! Und das für die nächsten fünf bis zehn Jahre! Warten Sie mal, Frau Vergnügt, sagten Sie gerade, Sie wären seine Bootsfahrlehrerin? Ja? Warum? Strafgesetzbuch Paragraf 26.1. Zitat. Der Bootsfahrlehrer ist rechtlich voll verantwortlich. Für alle Handlungen des Bootsfahrschülers unter seiner Aufsicht. Zitat Ende. Ich befürchte, wir werden Sie wohl einbuchten müssen. Was? Patrick, hast du meine Lernkarten? Hier sind sie, Kumpel. Alles, was du brauchst, um die Prüfung zu bestehen, steht auf diesem kleinen Garten drauf. Oh nein, bitte nicht! Hey, Lernen schmeckt ja richtig gut. Patrick, die hätte ich gebraucht. Das ist doch alles Quatsch. Du hast diese Bootsprüfung nun schon öfter als irgendjemand sonst gemacht. Ja, 57 Mal. Dann ist die 58 ganz bestimmt eine Glückszahl. Du wirst diese Fahrprüfung bestehen, mein Freund, denn du bist ein Gewinner! Ich bin ein Gewinner. Wer ist ein Gewinner? Ich bin ein Gewinner. Wer ist ein Gewinner? Ich bin ein Gewinner. Wer ist ein Gewinner? Ich bin ein Gewinner! 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 Kann nicht sein. Die 58 ist so ziemlich die glücklichste Glückszahl überhaupt. An der Prüfung war was faul. Lass uns einfach nach Hause gehen, bitte. Wir gehen überhaupt nirgendwo hin, bis ich diese Sache geklärt hab. Und wenn ich diese Prüfung selbst mache... Nein, Patrick, ich hab mich jahrelang darauf vorbereitet. Die zerlegen dich in Einzelfall. Schweig stille. Ich glaube, ich weiß sehr wohl, was ich tue. Nein, Patrick. Nein! Guten Morgen. Sie sind nicht meine Richterin. Doch, in der Tat. Das bin ich. Möge diese Prüfung beginnen. Ich hätte das nicht zulassen sollen. Was bin ich nur für ein Freund? Spongebob! Spongebob! Ich bin für dich da, mein Freund. Ich hab bestanden. Du hast die Bestnote? Ja. Hast du nicht gesagt, es wär so schwierig? Die Bestnote? Komm mit. Ich muss noch ein Foto machen lassen für meinen Führerschein. Du bemannst das Drive-In? Seit wann haben wir denn so was? Ich hab gemerkt, dass heutzutage viele junge Leute immer auf dem Sprung sind. Die haben keine Zeit, sich hinzusetzen und zu essen. Die sind draußen auf der Straße und suchen die Freiheit und verwirklichen ihre Träume. Ich hatte auch mal einen Traum. Ja, ich hatte mal einen Nierenstein. Alles geht irgendwann vorbei. Also hör auf zu träumen und arbeite. Klar? Willkommen in der großen Krabbe, was kann... Au! Die Hupe gilt immer noch. Na, Spongebob? Wieso hast du denn einen Helm auf? Tja, da ich jetzt ein Profifahrer bin, muss ich doch was für mein Image tun, oder? Aha. Also wirklich, fahren ist so was von einfach. Aha. Ich könnte dir doch Unterricht geben. Wie wär's? Na, das wäre ganz klasse. Oh! Patrick! Hey, Mami! Hi, Daddy! Patrick, wie oft haben wir dir eigentlich schon gesagt, dass wir SpongeBob-Eltern sind und nicht deine? Was? Ich bin verwaist? Aber wisst ihr was? Ich hab den Führerschein. Das ist aber schön, Patrick. SpongeBob ist durchgefallen, aber redet besser nicht davon. Wir haben Erfahrung darin, dieses Gesprächsthema zu vermeiden. Mom! Tja, ich muss jetzt Herrn Fußgängerkopf nach Hause bringen, wisst ihr? Er fragt mich ständig, ob ich ihn irgendwo hinfahren kann. Hey! Sogar Patrick hat den Führerschein. Ich hätte diesen Führerschein kriegen sollen. Und dieses Boot hier sollte eigentlich mir gehören. Wie kannst du nur so etwas sagen? Wenn du mein Freund wärst, würdest du dich darüber freuen, dass ich den Führerschein habe. Und wenn du mein Freund wärst, würdest du mir den nicht ständig unter die Nase reiben. Stimmt nicht. Ich renne dir den Führerschein nicht unter die Nase. So rennt man jemandem den Führerschein unter die Nase. Gib ihn her. Dafür habe ich mein Leben lang gearbeitet. Du verdienst ihn gar nicht. Ja! Aha! Umweltverschmutzer. Deswegen bin ich im Polizeidienst. Die Polizei! Oh nein! Recht ranfahren, Umweltverschmutzer! Was? Umweltverschmutzer? Ich? Nein! Das gibt ne Verfolgungsjagd. Sag mal, was soll das hier eigentlich werden? Kein Plastenzimmer. Ich hab doch gar keinen Führerschein mehr! Pass auf! Ah! 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 Neunzig Tage. Ich hoffe, Sie lernen in dieser Zeit etwas über Umweltverschmutzung. Bist ein, Kumpel. Und vergiss nicht, Kenny zu füttern. In die Bootsfahrschule. Aber es ist nur ein Tag deines Lebens, Taddel. So schlimm wird's schon nicht werden. Wie schön, der liebe Taddeus. Verzweiflung und Trauer. Guten Morgen. Darf ich nur darum bitten, dass alle Platz nehmen? Hey, Taddeus. Setz dich. Ja, genau. Hierhin. Ähm, Entschuldigung. Aber es scheint kein Platz mehr frei zu sein. Hier ist doch noch einer neben SpongeBob. Hör auf damit, ja. Du brauchst nicht nervös zu sein. Wir sind doch jetzt Bootsbrüder. Und ich bringe dir alles bei, was ich übers Bootfahren weiß. Wir werden überhaupt nichts tun, denn zuallererst gibt es gar kein Wir. Verstehst du? Oh, Ruhe davon, bitte. Oh, natürlich verstehe ich das. Ich verstehe das sogar absolut. Alter Bootsbrüder. Also, liebe Schüler, ich schlage vor, ihr lernt eure neuen Mitschüler kennen, indem ihr erzählt, warum ihr verurteilt wurdet. Ich meine, warum ihr euch wieder zur Bootsfahrschule angemeldet habt. Ich bin zu schnell gefahren und erwischt worden. Ja, sehr schön. Der Nächste. Ich verstehe nicht, was daran so schön sein soll. Nein, ich habe doch gar nicht gemeint, dass... Ich weiß, was sie gemeint haben. Der Nächste. Ich bin hier, weil mein... Wir alle wissen sehr genau, wieso du hier bist, Spongebob. Was ist mit ihm, Sir? Wer? Ich? Ja, möchten Sie nicht dem Rest der Klasse erzählen, wieso Sie heute hier sind? Warum ich... In Ordnung, ich erzähle es euch. Ich war auf der Flucht und zwar vor ihm. Er ist der Flucht, der auf meinem Dasein liegt. Auf ihrem auch? Was ich sagen wollte, war, bitte kommen Sie doch nach vorne an die Tafel und zeichnen Sie ein Diagramm des Vorfalls. Aber gern. Alles fing an, als ich mein Haus verließ. Und dann er auftauchte. Er wog scharf nach rechts ab und parkte hier. Angesichts der drohenden Gefahr sah ich mich nach beiden Seiten um und ging vorsichtig zu meinem Fahrzeug. Dort erkannte ich, dass mir jemand in nicht vorschriftsgemäßen Abstand gefolgt war. Also sah ich mich zur Erhöhung der Fahrsicherheit gezwungen, ein Ausweichmanöver zunächst einzuleiten und dann zu vollziehen. Durch mäßige Beschleunigung gelang es mir dann, einen Sicherheitsabstand herzustellen, wodurch ich versehentlich die Aufmerksamkeit eines Strafverfolgungsbeamten erregte. Und wir tasten uns langsam an die Sache heran. Spongebob, was tun wir, wenn wir uns in den Verkehr einfädeln? Aufs Gas treten? Gut, ganz langsam und in aller Ruhe. Pass auf, wo du hinguckst! Bist du verrückt? Lass mich mal! Nein, jetzt bin ich dran. Was soll der Quatsch? Lass das Ding endlich los! Auf Feuer! Verkehrsraudis! Ja! 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 So, liebe Schüler, nun wird es Zeit für die Prüfung. Bitte haltet eure Stifte bereit. Psst! Hey, Boots, Bruder, wenn du Hilfe brauchst. Ich habe diesen Test schon hunderte von Meilen. Sag mal, wie oft muss ich dir das eigentlich noch sagen? Ich bin nicht dein Bruder, ich brauche deine Hilfe nicht und dich brauche ich auch nicht! Niemals! Also lass mich jetzt diesen dämlichen Test machen, damit ich hier verschwinden kann und dich für den Rest meines Lebens nie wiedersehen muss! Ist in Ordnung, wenn du das so möchtest. Ja, dankeschön! Ihr habt noch drei Minuten! Spongebob! Spongebob, ich brauche deine Hilfe! Noch zwei Minuten! Bitte, ich flehe dich an, das ist wirklich wichtig! Du hast gesagt, du würdest meine Hilfe nicht brauchen und mich auch nicht! Gar nicht wahr, das habe ich nie gesagt! Ich brauche deine Hilfe nicht und dich brauche ich auch nicht! Idiot! Na schön, ich habe es gesagt, aber das war noch bevor... Bevor was? Bevor... Noch eine Minute, liebe Schüler! Bevor wir... Bootsbrüder wurden. Yay! Das war's, die Zeit ist vorüber! Sie kann noch nicht vorüber sein, ich konnte noch nicht mal eine einzige Antwort eintragen. Was soll ich denn jetzt nur tun? Tja, dasselbe wie jeder andere auch, der den Test nicht besteht. Sie versuchen es nächste Woche nochmal. Nächste Woche? Keine Angst, Bootsbruder, ich hatte auch noch nie eine richtige Antwort. Also sehen wir uns nächste Woche wieder in Mrs. Pops Boots Fahrschule. Lass uns Mr. Fitz zeigen, was du alles in der Fahrschule bei mir gelernt hast. Was tun wir immer als allererstes, bevor wir das Boot starten? Oh, ein Schnallroh die Sekunde, ja? Und was tust du dann? Den Motor starten? Ja. Und was nun? Fahr einfach das Boot. Ja. Habe ich denn dieses Mal bestanden? Nein, du bist durchgefallen. Durchgefallen? Nein, nicht du bist durchgefallen, SpongeBob. Es war Mrs. Puff. Die ist daran schuld. Sie sind ihres Lehrauftrags enthoben. Ich muss SpongeBob nie mehr unterrichten. Nie mehr, SpongeBob. Ich dachte, dieser Tag würde nie kommen. Juhu. Auf Wiedersehen, SpongeBob. Ein schönes Leben noch. Endlich frei. Endlich frei. Du willst also lernen, wie man Boot fährt? Ja, Sir, ich bin fit fürs Fahren. Und was soll das hier bitte werden? Bereits zur Prüfung, Sir. Du bist noch nicht mal bereit fürs Fahren, solange du das hier nicht überwunden hast. Das hier ist der härteste Hinderniskurs, der jemals entwickelt wurde. Du wirst jede Kurve, jedes Schlagloch und jedes Steinchen darin kennenlernen. Zunächst wirst du ihn durchkriechen. Kriechen? Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Linkskurve, gerade, Schlagloch, Geldstück. Hey, ein Geldstück. Halt die Augen auf der Straße, Kadett. Steinchen! ahhh baaaaiiiii baaaaaaaaa baaaaw 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 Pufs Ich muss sagen, ich schäme mich für dich, Kadett. Rutscht aus auf so nem Steinchen. Was sollst du eigentlich in meinem Kurs lernen? Bootfahren, Sir. Das ist richtig. Aber bevor du fahren lernst, musst du erst kriechen lernen. Und dann lernst du gehen. Und dann lernst du zu rennen. Aber bevor du das Gehen lernst, musst du erst lernen zu kriechen. Und ich will, dass du kriegst. So, ja, Sir. So, mein Schwamm, nun ist es an der Zeit, dass du Mr. Fitz zeigst, was du gelernt hast. Ja, Sir. Schritt eins, anschnallen. Sehr gute Arbeit, Kadett. Und weiter? Schritt zwei wäre dann das Starten des Motors. Schritt drei. Schritt drei wäre dann... ...anlegen der Augenbinde. Was? Du kannst doch kein Boot mit einer Augenbinde steuern. Das ist illegal. Aber ohne die Augenbinde kann ich's nicht. Fahr schon, Junge! Fahr! Schritt drei. Schritt drei. Mayday! Mayday! Du bist nicht mehr auf Kurs! Oh, ich bin ja so entspannt, seit ich diesen Schwamm-Chaoten los bin. Wie hieß er noch gleich? Spongebob. Ah! Die Bremse! Da! Ei, ei, Sir. Hier, bitte, Sir. Ich musste nur zwei kleine Schrauben lösen. Ich werde dieses Boot anhalten. Sagen Sie meiner Frau, dass ich sie liebe. Komm, ich werd's dir zeigen. Bleib ganz ruhig. Bleib ganz ruhig. Tut mir leid. Entschuldigung. Sorry. Hey, Spongebob. Tut mir leid, Patrick. Aber ich muss leider schon weiter. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Meine Hose! Klasse. Ich sehe gar nichts. Habe ich bestanden? Na ja. Wenn's in der Prüfung den Teil Zerstörer die Stadt geben würde, dann hättest du's geschafft. Also, manche Leute haben echt Nerven. Tut mir leid, Spongebob. Du bist wieder durchgefallen. Bei dir hat noch nicht einmal unser bester Ausbilder eine Chance. Mrs. Puff, Sie sind wieder eingestellt. Hab dich auf was gefasst? Gleich geht's mitten hinein in die abenteuerlichste akademische Achterbahnfahrt deines Lebens. Und keine Schlange. Sehe und staune der Wandelgang des Wissens. Und hier ist das Trinkbecken des Wissens. Und das hier sind die Spinde des Wissens. Und das ist die Treppe des Wissens, stimmt's? Nein, das ist nur ne Treppe. Das hier ist nämlich die Treppe des Wissens. Wo sind denn die anderen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich zu Hause. Die Schule fängt nicht vor neun an. 20 nach sechs? Aber hast du nicht gesagt, du wärst spät dran? Spät dran, um früh dran zu sein. Sekunde! Seit wann trage ich eigentlich eine Uhr? Und hier ist das Zimmer, das am meisten Klasse hat. Das Klassenzimmer. Ui! Das ist die Tafel. Die Kelle, mit der wir aus dem Brunnen des Wissens trinken. Au! Und jeder Schluck wird hier verzeichnet auf dem guten Nudelbrett. Hä? Oh, Entschuldigung. Ui! Komm schon, verrate der Klasse deinen Namen. Du musst nicht nervös sein. Wir wollen nur wissen, wie du heißt. Gah! 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 24! Gah! 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 Na toll. Schon wieder so ein Genie. Gah! 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 Wie denn alle? Bleib wohl irgendwie in der Luft. Oh, oh. Heute beschäftigen wir uns mit dem Abbiegen. 24! Gah! Gah! Hey, weißt du was? Was? Ich weiß, dass noch witziger ist als 24. Ach ja, was denn? Gah! 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 Jetzt reicht's aber. Gah! Junger Mann. Heute ist dein erster Tag, also belasse ich's bei einer Warnung. Was dich angeht, SpongeBob, ich erwarte mehr von einer guten Nudel. Also pass besser auf. Ja, Mrs. Puff. Nun denn. Abbiegen, was jeder Fahrer wissen muss. Beim Abbiegen ist wichtig, mindestens 15 Meter vorher... Oh, dicke, wette, blöde Kuh. Patrick, so geht das nicht. Sie ist die Lehrerin. Ich höre Lehrerin. Ja! Was? Ich? Als ob ich so aussehen würde. SpongeBob? Ich nehme an, du kennst die Bestrafung für zwei Störungen des Unterrichts. Nein! Es tut mir wirklich sehr leid. Aber wenn jemand den Wunsch hat, eine gute Nudel zu sein, sollte er sich auch benehmen wie eine gute Nudel. Ich bin eine gute Nudel! Ich bin eine gute Nudel! Du bekommst den Stern wieder, wenn du ihn verdienst. Nein! Ja! Nein! 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 So schnell kann man also von einer guten Nudel zu einem faulen Ei werden. Und da ist nur der doofe Patrick dran schuld. Ich hasse dich, Doofmann! Ich hasse dich noch mehr! Ich hasse dich überhaupt und ganz doll! Tja, und ich würde dich hassen, wenn ich dich sogar gar nicht hassen würde! Ich würde dich sogar hassen, wenn's sinnvoll wäre! Ich würde dich sogar hassen, wenn du ich wärst! So schlimm hasse ich dich! Ich würde dich sogar hassen, wenn... Ich würde dich sogar hassen, wenn die Glühbirne, die Rüdiger am Leben erhält, ausgehen würde! Es tut mir leid, dass ich dämlicher Stern zu dir gesagt habe! Er auch und jetzt retten wir Rüdiger! Ich halte ihn warm und du holst eine Glühbirne aus dem Vorratsraum! Oh, wo steckt der denn nur? Ach, vergiss es! Ich muss Rüdiger irgendwie warm halten! Die Glühbirne! Ohne ihre Wärme muss Rüdiger sterben! Rüdiger! Ohne ihn hat die Glühbirne nichts zum Warmhalten! Wir haben's geschafft! Wir haben Rüdiger das Leben gerettet! Gut gemacht, Jungs! Ich hab alles durch meine Halbdurchgucktafel gesehen! Euer Teamwork hat mich tief beeindruckt! Ich habe beschlossen, jedem von euch einen goldenen Stern zu geben! Auch wenn mir nicht klar ist, was die Rettung eines Eis mit der Bootsfassschule zu tun hat! Ich dachte, das wäre ein Spanischkurs! Bis dann, Spongebob! Bis dann, dicke, fette, blöde Kuh! So, nun legt bitte eure Bücher weg! Denn jetzt wird es Zeit für die Wahl der Aufsichtsperson des Tages! Also, mal sehen! Unsere heutige Aufsichtsperson ist... Bad, Jimmy... Nein, nein, Tina, Ralf... Spongebob! Spongebob! Es ist Jimmy! Jimmy ist unsere Aufsichtsperson! Mrs. Puff, ich war aber schon mal dran! Ach so, Bill... Nichts da, Mrs. Puff! Äh, Tina! Du bist die Aufsichtsperson! Hey, ich hab das schon dreimal gemacht! Dann eben bis! Die hat schon den Führerschein! Henry! Vera! Kling! Also gut, mir bleibt wohl keine Wahl! Unsere heutige Aufsichtsperson ist... Spongebob! Spongebob! Aufsichtsperson Spongebob meldet sich zum Dienst, Ma'am! Ich bin bereit, meine Position einzunehmen! In der Pause! Ich beschütze die Kranken und Schwachen! In der Pause! Die Gesetze werden eingehalten! In der Pause! Ist gut! Nimm einfach die Mütze und den Gürtel! Ich kann das noch nicht annehmen, Ma'am! Ich muss zuerst meine Räder halten! Warum einfach, wenn's umständlich geht? Werde ich jetzt meine Uniform anlegen und mein Amt antreten als... ...Aufsichtsperson! Wünschen Sie mir Glück, Mrs. Puff! Oh, ich vergaß zu erwähnen! Spongebob, ist alles in Ordnung? Meine Rede war mal wieder zu lang, oder? Ich befürchte, ja! Ach, Algengrütze! Tja, das werde ich wohl nicht mehr brauchen! Ich hab euch doch kaum gekämpft! Spongebob? Spongebob? Ja, Mrs. Puff? Ich konnte dich zumindest die Uniform bis morgen tragen. Jahu! Dankeschön, Mrs. Puff! Was um Himmels Willen hab ich da eigentlich gerade getan? Aufsicht! Person! Wapp, 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 wapp! Gesperrte Ampelanlage! Wer sagt eigentlich, dass meine Aufsichtspflicht endet, nur weil die Glocke läutet? Ich kann mich immer noch nützlich machen. Das ist dein Job für die Aufsichtsperson! Aufsichtsperson! Was würde diese Stadt nur ohne dich machen, SpongeBob? Mein, mein. Du meinst, mein. Eu, 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 Spongebob. Ich seh ihn. Wo ist der Patrick? An der Kreuz- und Korallenallee, Ecki-Schneckenstraße. Da bin ich auch. Er ist ganz nah, aber ich kann ihn nicht sehen. Was tut er? Er steht einfach da rum. Bedrohlich. Los, rennt, Xbox, Tom! Das ist ein manischer Schrei. Gleich greift er dich ab. SpongeBob ist im Briefkasten. Wie war das unter Aufsicht? Der Wahnsinnige ist im Briefkasten. Ja! Wagen hier nicht. Für den Wahnsinnigen sieht der Typ ganz gut aus. Moment mal, Patrick. Ich bin der Wahnsinnige. Wir werten das als Geständnis. Spongebob Schwammkopf, da bist du ja. Da passe ich einen Moment lang nicht auf dich auf. Und schon zerstörst du die halbe Stadt. Du solltest dich was schämen. Sie kennen diesen Kerl? Natürlich kenne ich ihn. Ich war doch diejenige, die ihm diese Uniform gegeben hat. Ich bin für das, was er tut, verantwortlich. Tschüss, Test, eins, zwei, eins, zwei, Stern an Schwarm, Stern an Schwarm. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. What? Test, Test! Hörst du mich?! Schwam an Stern, ich hör dich laut und deutlich. Over. Ist der Apfel an Bord? Und die Glücksunterhose? Moment. Bingo. Die Glücksunterhose. Der Apfel und ich. Ja, so bestehst du die Prüfung bestimmt. Oh, da kommt Mrs. Puff. Wir nehmen dich ganz natürlich. Nein, nein, setz dich ins Boot. Gib ihr den Apfel. Hier für Sie, Ma'am. Dann bringen wir es hinter uns. Und was machst du als erstes? Ich, äh... Lass den Motor an. Mrs. Puff, Mrs. Puff. Was? Ganz ruhig, es ist nur der Motor. Der Motor? Du hast den Motor angelassen? Ich glaube schon. Oha. Na gut, äh, und was machst du jetzt als nächstes? 1924? Nein, nein. Den Gang einlegen. Den Gang einlegen? Ja, 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 ja. Den Gang einlegen. Und dann? Vollgas. Nein. Keine Bewegung. Großer C. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Und ganz ohne Zusammenstoß. Sei tapfer. Du kommst zur ersten Kurve. Oh nein, die erste Kurve. Bitte sag mir, dass du weißt, was du in der ersten Kurve zu tun hast. Nichts. Oh, nichts. Also, du machst das prima, Spongebob. Wunderbar. Das war's. Ja. Musik Herrlich. Großartig. Da ist die Ziellinie. Das ist unglaublich. Dass ein Anfänger so rasante Fortschritte macht, habe ich ja noch nie gesehen. Was ist dein Geheimnis? Ein kleines Funkgerät im Kopf. Und unter dem Hut hast du bestimmt eine Antenne versteckt. Und irgendjemand sagt dir aus sicherer Entfernung alles vor, was du zu tun hast. Ja, aber das wäre ja dann Betrug. Ich bin ein Betrüger, Mrs. Puff. Ja, mein Star-Schüler. Ich glaube, ich bin ein Betrüger. Wie war das bitte? Ich glaube, ich bin ein Betrüger. Hast du das Lenkrad losgelassen? Ich habe wirklich eine Antenne unterm Hut. Und irgendjemand sagt mir wirklich alles vor, was ich tun muss. Es ist alles wahr. Ich bin ein Betrüger, ein Betrüger. Was? Es tut mir leid, Mrs. Puff. Es tut mir so leid. Das Lenkrad, Spongebob, das Lenkrad. Betrug. Ich bin ein Betrüger, ein Betrüger. Nein. Nein, 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 nein. Das ist schon gut. Heute darfst du betrügen. Hier geht's lang, Spongebob. Nein, ich bin ein Betrüger. Nein, ich bin ein Betrüger. Ich bin ein Betrüger. Dann betrüge hier entlang, ja? Ich bin ein Betrüger und ein Betrüger. Dann ruhig, Spongebob. Alles wird gut. Du darfst betrügen. Nein, nein, nein. Hier entlang, hier entlang. Betrüger! Hier entlang, Betrüger! Ach, Spongebob, durchgefallen. Mrs. Puff, ich habe sie betrunken. Oh, mein Bein!